hallo und herzlich willkommen zu things you stay beim things you stay da wollte ich jetzt immer spiele machen wo man ein bisschen nachdenken muss so wie jetzt beim kartenspiel ansonsten wäre dann auch polybridge was ich hätte oder besiege wie ich dir gerne sage aber bei polybridge gibt es glaube ich gerade keine neue strecke ich weiß auch nicht ob da noch was kommt sieht eher nicht danach aus und besiege ok da gibt schon zwei drei neue aber die habe ich mir noch nicht angeschaut ja auf jeden fall werden das dann noch die anderen beiden spiele vielleicht noch mehr muss man nachschauen auf jeden fall sind wir jetzt bei den things you stay dann schauen wir mal ach erstmal schauen was für quest wir haben wir haben paladin priester quest mit fünf spiele gewinnen schurke krieger 5x und 6 normal also paladin priester schurke oder krieger das habe ich hier spiel 30 dino aus und mann wir können auch den wir schon aber nur einmal Ich würde sagen, dann müssen wir erstmal schnell ein Deck bauen, war das nochmal meine Sammlung, war das ein neues Deck, dann nehmen wir natürlich Paladin. Ach warte mal, ich habe doch gerade eine Karte mit Geschenken getrunken, ne habe ich doch nicht, ich habe 615, kann ich das eigentlich für ein Abenteuer spielen? Abenteuerspiel, Abenteuerspiel, das war beim Solo verarmt, so gibt es schon, wollen schon? Ah, ich brauche 700 Mest. Ja, dann. Dann spielen wir halt doch eine normale Runde, da würde ich sagen, ich nehme mein Paladin, habe ich gerade schon angewählt, bei Provenziegel. Klassisches Paladin Deck, ich mache ein eigenes Deck. So, mein eigenes Deck, also was ich ja immer mache, als erstes sind die ganzen Drachen Karten. Wo haben die sich nur versteckt? Und jetzt nehmen wir mal so ein paar Karten mit, wo ich sage, dass die gut sind. Und jetzt nehmen wir mal so ein paar Karten mit, wo ich sage, dass die gut sind. Wenn euer Held Schaden erleidet, wird der feindliche Held eben zu viel Schaden erhaltet. Nein, kommen wir nicht. Nachdem euer Gegner eine Diener auch gespielt hat, wird dieses Leben auf 1 verringert. Das ist schon mal gut. Setzt den Angriff auf 1 zurück. Das ist auch gut. Wenn einer eurer Diener stirbt, wird der mit 1 Leben wiederbelebt. Okay, die Diener auch mit. Das reicht jetzt. Mehr feind brauche ich nicht. Und zauber eigentlich auch nicht. Wohl verleiht einen Diener plus 3 Angriff. Das ist auch gut. Es sind zu viele Karten. Doch, man kann nicht alle mitnehmen. Mist. Verleiht ein Schutzschild. Ja, also das ist eine neue Karte. Ich werde euren Helm für Leben wieder her. Und verleiht ihnen plus 2 Angriff in diesen Zug. Ey. Bei euren Held jedes Mal 2 Leben. Ein. Oder. Nein. Brauchen wir nicht. Wirklich. Die habe ich verwendet. Wenn der stirbt, den kriege ich jetzt. So ein Schwert. 5 Schaden. Oh, hier. Den. Und den auch noch. Oh. Jetzt habe ich keine. Na egal. Ich probiere damit mal zu spielen. Fertig. Spielen. Paladin. Start. Das letzte Mal hatte ich das Spiel im März gespielt. Ja. Ein nuriger Gegner. Ja drin. Gegen. Thrawl. Scheint ein Suchoschalki gespielt zu sein. Mein Hammer brennt mit heiligem Feuer. Den brauche ich noch nicht. Naja. Nein. So hört er sich an. Ihr werdet bezahlen, Abschaum. Grüße. Wollt ihr etwas in die Luft gehen? Wir haben einen aufrichtigen Lauf. Okay. Das sieht gut aus. Ja. Hier könnte ich den gleich benutzen. Nur noch 3 Schaden. Und ziehe eine Karte. Das Licht beschützt mich. Ach Mensch. Das war ein klarer Fehler. In den Kampf. Ach je. Das Ding. Das Ding. Was glattst du? So. Was glattst du? So. 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 Jetzt habe ich anscheinend Felwar. Mal. 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 pasando in den Kampf most. Das Ding. Mal. 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 weiter klicken was ich am Donnerstag mache für den Tag. Ich habe jetzt am Montag immer den New Monday wo ich immer ein neues Spiel ein Monat lang vorstelle. Also jetzt im Mai. Also diese Woche und im Mai werde ich jetzt ein Ding uns vorstellen. August Must Die. Am Dienstag ist ja immer der Singt Monday. Äh Singt Tuesday Monday. Und am Mittwoch habe ich den War We Stay. Also ob ich Kriegsspiel spielen wie World of Warships, World of Warplanes, World of Tanks oder Steel Ocean. Sowas werde ich dann da spüren. Am Donnerstag wie gesagt da weiß ich bislang noch nicht so genau was ich da spielen werde. Und am Freitag wollen wir diese Wanchers Friday machen. Also sprich... nicht mit mir. Gut gespielt. Also Adventure Friday ist zum Beispiel mit World of Warcraft oder so andere Adventure Spiele. oder Rollenspiele. Oder Diablos zum Beispiel, wenn ich da zeige. Aber wobei Diablo weiß ich nicht, das ist ja 18 oder 16. Ich bin so ein paar Informationen. Ich bin fertig. Okay dann. Jetzt wird halt nur noch der Donnerstag. Was mache ich am Donnerstag? Geht doch einfach mal weg. Essen? Ich kann mich anflicken. Da? Egal. Und aufgetrunken. Hm. Nehmt das! Das Ende. Das Ende. was mache ich denn jetzt hier nur noch zwei stellen hätte ich also ich könnte den noch mal benutzen ich lasse dich nicht mit zahne gut gespielt danke dafür bin ich zu nein das kann doch nicht wahr sein das kann doch nicht wahr sein einer meiner liebsten karten ich träume und dann kommt das ist jetzt wirklich übelst knapp ich werde ich werde euch ich werde jetzt 1 2 3 4 5 6 legt euch nicht mit zahne an ja ich habe gewonnen gut gespielt der schuss ging daneben oder was hat er da oben noch er wartet er wartet er spielt die karte noch nicht aus ich habe gewonnen so das war ein perfekter abschluss also ich hoffe euch hat die runde gefallen mir hat sie sehr gut gefallen weil ich gewonnen habe die letzte runde die erste war nicht so gut da habe ich einmal nicht aufgepasst naja passiert halt gut das war es dann für heute ich hoffe euch hat mir gefallen ich wünsche euch einen schönen tag und bis zum nächsten mal tschüss 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 tschüss